Ich blinzelte ein paar Mal. Im Ernst? Sie behandeln mich schon die ganze Woche über unmöglich. Und heute Abend? Sie sind kein Dummkopf, Cain. Sie müssen doch gewusst haben, wie sehr es mich verletzt, wenn mein Großvater so tut, als würde er mich nicht kennen. Und was machen Sie? Sie streuen noch Salz in die Wunde. Sie werden mich nie so sehen, wie ich wirklich bin, oder? Meine Hände ballten sich zu Fäusten. Sie werden mich einfach nur immer weiter demütigen und verletzen. Sie sind wild entschlossen, mich dafür büßen zu lassen, was er ihnen angetan hat. Sein Schweigen fachte meinen Zorn nur noch weiter an. Stimmt doch, oder? brüllte ich. Plötzlich prallte ich mit dem Rücken gegen die Wand. Cain hatte mich dagegen gedrängt und hielt mich mit seinem Körper gefangen, die Hände rechts und links neben meinem Kopf abgestützt. Seine Augen loderten. Ich denke überhaupt nicht, dass sie meiner nicht würdig sind, zischte er. So plötzlich von ihm in die Enge getrieben worden zu sein, hatte mir meinen Mut ein wenig ausgetrieben. Warum sind Sie dann so widerlich zu mir? flüsterte ich. In seinen Augen glomm Bedauern auf. Ich wollte nicht. Ich wollte sie einfach nicht auf der Party haben. Mit ihm. Heute erlebte ich wirklich einen Schock nach dem anderen. Ich schnappte nach Luft und atmete dann ganz langsam aus. Das kann nicht sein. Das war absolut unmöglich und doch… Ich sah seinen dunklen Blick, in dem noch etwas anderes lag als nur Zorn. Sie sind eifersüchtig? Ein Muskel in Cains Kiefer zuckte. Mein Herz hämmerte heftig gegen meine Rippen und mein Atem ging immer schneller, ohne dass ich ihn hätte beruhigen können. Wir ließen unsere Blicke nicht voneinander. Unsere Körper berührten sich. Die Luft um uns herum brannte förmlich und ich vergaß ganz, wo wir waren. Auf einmal gab es nichts mehr außer ihm. K. Er presste seinen Mund auf meinen und verschluckte mein erschrecktes, erregtes Keuchen. Sein Aftershave, die Hitze seiner Haut, sein Geschmack, heiß und scharf. All das überwältigte mich, als er mir die Hand in den Nacken legte und mit der anderen über meinen Bauch strich. Über meine Hüfte, meinen Schenkel. Als mir klar wurde, was er vorhatte, küßte ich ihn heftiger und klammerte mich an ihn. Meine Finger gruben sich in seinen Rücken, als er mein Knie anhob, damit er sich zwischen meine Beine drängen konnte. Meine Lippen teilten sich und ich wimmerte, halb Verlangen, halb Triumph. Cain knurrte. Das Geräusch löste eine Woge der Lust in meinem Unterleib aus und ich drückte mich noch fester an ihn. Sein Griff um meinen Nacken verstärkte sich und er stöhnte erneut. Das Geräusch löste eine Woge der Lust in meinem Unterleib aus.